Mittels einer Benachrichtigung gelangen wir direkt in den Home-Bereich unserer App. Dort sind alle Lebensmittel aufgelistet, die in den nächsten paar Tagen ablaufen. Im FAQ-Bereich können wir uns Informationen zur Mindesthaltbarkeit und der Genießbarkeit der Lebensmittel einholen. Mit einem Klick auf den Home-Button gelangt man zurück zur Übersicht. Dort kann man die Haltbarkeit eines Lebensmittels entweder verlängern oder das Lebensmittel mit einem Klick direkt aus der App löschen. Über den Bereich Hinzufügen können neue Lebensmittel in die Liste aufgenommen werden. Über den Schnellzugriff können oft benutzte Lebensmittel mit einem Klick in die Liste hinzugefügt werden. Der User kann den Schnellzugriff selbst bearbeiten und Schnellzugriffe sowohl löschen, hinzufügen als auch die durchschnittlichen Haltbarkeitsdaten dafür angeben. Die zweite Möglichkeit ist, Lebensmittel manuell der Liste hinzuzufügen. Dazu muss lediglich der Name eingegeben und das Haltbarkeitsdatum im Kalender markiert werden. Die dritte Möglichkeit besteht darin, Artikel mithilfe des Kassenzettels hinzuzufügen. Dazu muss der Bereich markiert werden, in dem die Texerkennung die Artikel lesen soll. Nun werden die Artikel nacheinander abgearbeitet. Bei Bedarf kann der Name geändert werden. Dies geschieht zum Beispiel über den Schnellzugriff. Nun muss nur noch das richtige Haltbarkeitsdatum angegeben werden und der Artikel ist hinzugefügt. Passt der Name wieder nicht, kann er auch ganz einfach über die Tastatur verändert werden. Selbstverständlich kann auch die Anzahl nachträglich verändert werden. Das Haltbarkeitsdatum wird wieder über den Kalender markiert. Ist noch kein passender Name im Schnellzugriff hinterlegt, kann dieser ganz einfach manuell hinzugefügt werden. Ein Shampoo soll in den meisten Fällen natürlich nicht hinzugefügt werden. Deshalb kann man diesen Artikel einfach überspringen. In der Kalenderansicht sieht man auf einen Blick alle Lebensmittel, die diesen Monat ablaufen. Außerdem können Lebensmittel entfernt werden. Im Inventarbereich sind alle in der App gespeicherten Lebensmittel aufgelistet. Über die Suchfunktionen kann man den gewünschten Artikel direkt finden. Analog zum Home-Bereich ist es auch hier möglich, Lebensmittel zu löschen oder zu verlängern. In den Einstellungen können Benachrichtigungsfunktionen verändert und Account-Einstellungen getroffen werden, sodass verschiedene Geräte auf einen Haushalt zugreifen können.